Heute spielen wir mal Breaking 2. Das Spiel ist gerade neu rausgekommen. Spielt es gerne auch mal selber, ist in der Videobeschreibung verlinkt und los geht's. Weil beim letzten Mal war ich der, der Chips gegessen hat. Heute bin ich der Hyper, der dein Lollipop hat. Ja und dann springen wir mal hier hinten rein. Okay, wir schleichen ganz leise. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ambient hier. Vor allem mit diesem Effekt, dass so ein Trail einen verfolgt. Das finde ich super cool gemacht. Haben sie sich Müll gegeben. Aber jetzt erst mal. Oh mein Gott, ich werde dadurch schneller. Ich soll vielleicht nicht der Schnellste sein. Ich bin nämlich ein Angsthase. Wrong way, dann müssen wir hier. Okay, wir brauchen Unterkunft. Vielleicht gibt es in der Nähe einen. Hey, was geht denn ab, Personal? Ist das das neue Haus, in dem wir wohnen? Ich mache Licht an. Darf ich? Hau an Neustart. Der Strom wird hochgefahren. Okay, gucke ich mal hier rein. Geld, meins. Mein Apfel. Nix. Nix. Mein Geld. Nein, wer hat das Licht ausgemacht? Für das Licht ist aus. Das Licht ist aus. Okay. Geheimer, böser Schurkenbasis. Und hier wohnen wir jetzt? Aber es ist echt krass, dass wir einfach so random und weit die geheime, böse Schurkenbasis finden. Und da einbrechen. Im Vergleich zu... Was ist das da vorne? Was ist hier passiert? Was war das eben? Okay. Wir sind versehentlich in der geheimen, bösen Basis. Wir sind eingebrochen. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Sport. Erkunde die Basis. Ne, ich mache Sport. Sport ist wichtig. Trainiere im Fitnessstudio und kämpfe dann gegen böse Typen um Geld. Uh, ich liebe es, gegen böse Typen um Geld zu kämpfen. Oh, das ist cool, dass man hier in bestimmten Bereichen laufen muss, um zu trainieren. Das ist voll gut gemacht. Nice. Level 2. Okay. Oh Gott. Nein. Ach man. Da muss ich erstmal hinkommen. Okay, ich bin drin. Ja, geschafft. Und nochmal geschafft. Yeah. Ich bin der Beste. Ich will nur noch diesen Balken da unten voll bekommen. Dann habe ich genug trainiert. Ich habe nämlich schon eine Achter-Kombo. Oh, ich fange an zu schwitzen. Dann muss ich wohl einmal. Okay. Das macht mich echt ziemlich viel schneller. Yeah. Ich habe leider meine Kombo verloren, weil ich gestoppt habe. Ich weiß auch nicht, was die Symbole. Das Spiel hat so viele Features und ich muss sie jetzt alle erstmal herausfinden. Okay. Aber wir haben den Balken fast voll. Wir haben den Balken fast voll. Bitte. Und. Geschafft. Level 3. Jetzt bin ich zufrieden. Gut. Was bedeutet das hier? Wenn ich rüber habe, sehe ich was? Oh. Ich darf Angst haben. Wie schön. Und ich darf mich freuen. Gut. Aha. Twardo. Fütterungsanleitung. Findet Twardo? Gib ihm sein Lieblingsessen. Bier. Okay. Wir müssen Twardo Bier geben. Wenn einer von euch Bier hat, muss er Twardo das geben. Eine Sendung wird im TV gestartet. Oh. Das müssen wir uns angucken. In 5 Sekunden geht's los. Endlich wieder Fernsehen, Leute. Leute. Kommt alle auf die Couch. Böse Nachrichten. Scary Larrys Körper ist nach seiner Niederlage verschwunden. Er ist ja wie Yoda. Jetzt ein paar Wochen später. Oh mein Gott. Das bin ich. Ohne Augen. We are preparing three waves of backup at once. Okay. Aber warum? Scary Mary ist die neue Anführerin. Herzlichen Glückwunsch. Sie war früher immer nur Nummer 2. Die hat's weit geschafft. Aber ich find's jetzt nicht so cool, dass, ähm, ja die jetzt irgendwie Angriffstruppen schicken, um uns halt anzugreifen. Welle 1 von 3 kommt. Geh in den mittleren Raum. Ich bin im mittleren Raum. Ist das der mittlere Raum? Ist das der mittlere Raum? Ich denke schon. Das ist so grün markiert. Hilfe. Was soll ich tun? Können wir das hier nicht verriegeln? Bitte. Bitte. Please. Okay. Ich bin im mittleren Raum. Hätte ich vielleicht eine Waffe suchen sollen? Na ja. Ich hab ja das Ding hier. Dü. 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 Es gefällt mir. Sehr gut. Weitermachen. Weitermachen. Leute. Sehr gut. Dafür gibt's erstmal einen Jubel. Toll gemacht. Ja. Wuhu. Ich freu mich so. Oh mein Gott. Die haben sogar das Gesicht animiert für diese Animation. Ist doch super cool. So. Gute Arbeit. Ja. So. Welle 1 von 3 ist vorbei. Für Geld kann ich mir Sachen kaufen. Ich muss weiter hier looten, würde ich sagen. Was gibt's denn hier noch alles so zu klauen? Einen Keks nehm ich mit. Und. Hier ist nichts mehr drin. Da stehen so viele Texte auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, was da steht. Könnt ihr mir ja auch sagen. Ey. Du kannst nicht meine Schubladen blockieren. Asozial. Okay. Sprich mit Onkel irgendwen. Oder Orakel irgendwas. Über ne Quest. Oh. Okay. Neues Event. Ja. Wetter verbessert. Weniger Hagel und Eis draußen. Oh nein. Das bedeutet, die Gegner kommen schneller. Oder? Das bedeutet, die Gegner kommen schneller. Oder das bedeutet, wir dürfen rausgehen. Wir dürfen rausgehen. Ey Crafter. Was geht? Oh. Da tun sich Löcher auf. Darf ich in die Löcher reintreten? Ich glaub irgendwie nicht. Oder sind das nur 14? Ich weich ihn lieber aus. Oh ja. Da fallen Sachen runter. Aua. Oh oh. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist nur zum Angucken. Der springt einfach rüber. Einfach mega Profi. Oh. Ich glaub, hier gibt's nichts mehr für mich zu tun, oder? Na gut. Dann wär's das. Crafter hat gemacht. Dankeschön, Crafter. So. Blup. Weil jetzt ist bestimmt der Schubladentyp weg. Ja. Endlich kann ich in die letzten Schubladen gucken. Oh, da war ein Keks drin. Ja. Das Leben ist so einfach, wenn man einen Lollipop hat. Oh, hier könnte man sich bessere Waffen kaufen, oder? Ich möchte auch. Crafter kauft sich einfach, was er will. Wie mach ich das? Seltenlegende Episch. Ich möchte einmal das hier. Dankeschön. Ey, was macht ihr denn da hinten ohne mich? Leute. Leute, werdet ihr etwa angegriffen? Ich helfe euch. Ich helfe euch. Kein Problem. Ich bin Profi. Ich kenn mich aus, Leute. Aber ich hab das Gefühl, wenn wir die besiegen, kommen neue nach. Hm. 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 Ah, war wieder voll. Nein, mein Lollipop ist weg. Ich dachte, ich hab den für immer. Das wäre auch ein bisschen zu OP, wenn ich den für immer hätte, oder? Na gut. 150? Hab ich sogar. Dann gönne ich mir das auch. Vergriffen. Meins. Haha. Ich hab ne goldene Weste unter meiner Weste. Das ist voll gut, dass die neue Roblox-Technologien verwenden, wie Layered Clothing und animierte Gesichter. Genauso sollte ein Roblox-Spiel sein, das neu rauskommt. Jetzt will ich aber endlich mal hier hochgucken. Welle 2 von 3 kommt. Ich wollte auch nur hier hochgucken. Ui, was ist das denn da? Bloxy Cola. Aua. Ich ess mich einfach wieder satt. Hm. Vielleicht gibt es einen Weg, schneller zu werden. Ja, ich weiß. Das ist ein Weg, schneller zu werden geht. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wirklich auf dem Laufband trainieren, um da rüber zu kommen. Ab wie viel Geld, Dono, würdest du in Face-Reveal machen? Ähm. Grundsätzlich gar nicht. Ich hab schon wieder alles verpasst, weil ich überhaupt kein Schlägertyp bin. Ich hab einen Stärker, das muss reichen. Oh, dankeschön. Ey, Leute. Was macht er da? Zum Glück trifft er mich nicht. Aua, er hat mich getroffen. Kann ich gedrückt halten? Ne. Ich muss wirklich immer schlagen. Okay, ich schlag dich kaputt. Ich kipp dir auf die Schnauze. Was willst du? Ha? Ja, geh zurück in deine Küche. Oh, hat er sich gerade wieder voll gehealt? Hat er mich gerade umgehauen? Er hat sich voll gehealt. Asozial. Warum macht er das? Wir haben ihn. Easy. Hat er irgendwas cooles gedroppt? Nein. Irgendwas wurde gedroppt. Der Pizza-Boss ist besiegt. Ja, das goldene Stück Pizza hab ich jetzt nicht bekommen. Na gut. Wir haben den Pizza-Boss besiegt. Gott, ich hab 90 Geld. Aber ich werd jetzt erstmal aufs Laufband gehen. Weil ich brauche, glaub ich, 4 Speed. Oder? Wir machen das. Wir kriegen 4 Speed. Ey. Experiment. Neun. Auf Scary Larry im Gange. Okay, was? Oh, unser Strom verbraucht? Keine Kraft. Na gut. Ey, das Laufband funktioniert auch ohne Strom. Keine Sorge, Leute. Die Laufbänder, die... Womit laufen die? Womit die nicht mit Strom laufen? Ist mir egal. Ich trainiere jetzt weiter. Nein, wie soll ich schnell genug da hochkommen? Detektiv Bradley Beans hat sich eurem Team angeschlossen. Irgendwer hat ihn aufgeweckt. Okay. Warte, es gibt so viel Zeug, was man hier in dem Spiel machen kann. Und ich laufe die ganze Zeit nur auf dem Laufband. Also ich denke, in dem Spiel kann man sehr viel Spaß haben. Die Laufband haben Akku. Genau, die laufen wir auf Akku. Die haben auch einen sehr vollen Akku. Also ihr braucht euch da keine Gedanken machen. It's Summer. Color of Color und so haben den Strom wieder angeschaltet. Dankeschön, Color of Color und so weiter. Danke für Strom. Jetzt habe ich Licht, während ich Laufband laufe. Ich hätte mich echt schwer verletzen können. Conny, ich habe eine Frage. Dann bist du wohl zu spät. Das war nämlich jetzt die letzte Nachricht, die ich von dir vorlese. Ich habe eine 10er-Kombo. Und ich schwitze. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Ach. Ich denke mal, wenn ich sprinte, äh, wenn ich springe, komme ich schneller voran. Das ist aber auch unfair, wenn man so weit hinten sein muss für die Kombo. Und das nächste Ding dann so weit vorne ist. Wie soll man das denn schaffen? Ja, das hier zum Beispiel. Ich habe es auch geschafft. Aber wenn es da vorne gewesen wäre, keine Chance. Hier. So, ich denke, ich habe genug. So. Jetzt muss ich das doch darüber schaffen. Wenn der 3 kommt, ja, ja, ich gehe gleich in den mittleren Raum. Ich muss nur noch den Sprung hier schaffen. Die so vor mir schon 100 Leute geschafft haben. Ja, dankeschön. Ihr habt es schon geschafft. Ha. Jetzt bin ich aber auch hier. Und ich kann das hier mitnehmen. Darf ich nicht. Tag 1. Bewegen. Erkunde das Haus. Liefer, äh, Pizzalieferung. Brettfenster im Schrank verstecken. Keller verteidigen. Einkaufen gehen. Pizzaboss. Kanalparcours. Letzter Boss. Oh, der letzte Boss. Leute, ich muss mal runterkommen. Ja, haha. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ich bin da und ich werde euch alle besiegen. Okay. Easy. Okay. Okay, die töten den jetzt einfach. Die haben sich da hingestellt, damit der Boden grün wird. Oder sie machen ihm Schaden. Ach so, das gibt uns dann einen Bonus. Je mehr wir von diesen Leuten sammeln, desto leichter haben wir dann das gleich bei dem Bosskampf, weil die ihm einfach schon direkt Schaden machen. Das ist cool. Das ist ein cooles Print. Aua. Aua. Im Prinzip. Ich stelle mich lieber cool hin. Das kann ich besser. Yeah. Aha. Wir haben es geschafft. Was ist eigentlich mit Onkel Pete? Warum hat der ein Ausrufezeichen bei mir? Onkel Pete will, dass du drei Bösewichte besiegst. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Hier ist es nicht. Es kommen drei Wellen. Welle drei ist vorbei. Wahrscheinlich ist es noch nicht ganz vorbei. Kauf mir einen davon, weil ich es kann. Aha. Oh, warte. Das hier soll ich zum Zwinger bringen. Das wurde schon längst gemacht. Weil Twado ist ja schon frei. Egal. Getrunken. Oh, leu. Mein Balken ist gerade übervoll geworden. Der Tresor hat geöffnet. Lass uns reingehen. Jetzt reicht's. Ihr Gören hat mich schon viel zu lange genervt. Ich habe Experimente, auf die ich noch zurückkommen muss. Ey, sie macht alles zu. Selbst die Eingangstür macht... Okay. Macht sie sehr zu. Ja, ja. Du bist so unglaublich clever fürs Einbrechen und Erobern meiner Basis. Aber nun ist es Zeit für dich zu sehen, woran ich hier unten am Arbeiten war. Meine Stimme wird immer mehr zu der von Red aus Rainbow Friends. Ja, gut. Dann gucken wir mal nach. Aber ich wollte mir vorher noch was kaufen. Ach, ich darf mir nichts mehr kaufen. Na gut, dann Jui, Mulan. Ich gönne mir einfach, was ich mir gönnen kann. Ey, meine Pizza. Ich will auch. Dankeschön. Oh, Dankeschön für mehr Schnelligkeit und Stärke. Testsubjekt. Okay. Kann man kaufen? Scary Larry's Hut. Was macht es hier? Ja, was macht es hier? Level nach oben. Yeah, ich habe ein Level abbekommen. Oh, wie viel Speed habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf Speed. Wie viel Stärke habe ich? Ich weiß es nicht. Die Tür hat sich geöffnet. Gehe über die Brücke. Ah, wir treffen uns endlich. Nun, lass dich mal anschauen. Ich habe den Chat wieder nicht vor... Den Text wieder nicht vorgelesen. Du hast Stärke überhaupt nicht trainiert. Versuchst du überhaupt nicht zu besiegen? Hohohohohoho. Du hast kaum was zu essen. Du weißt schon, dass ich dich vernichten werde, oder? Hohohoho. Und du hast drei Herzen. Oh, ich bin traurig. Oh. Deine Waffe ist so schwach. Spring doch einfach in die Lava. Und erspare uns etwas Zeit. Hohohoho. Hohohoho. Warum macht die sich über mich lustig? Will sie mich emotional besiegen? Ihr habt ein gutes Team zusammengestellt. Dieser Kampf könnte schwieriger sein, als ich dachte... Sie macht sich über mich lustig. Und dann sagt sie zum Rest des Teams, ja, okay, es könnte schwierig werden. Na gut, wenn ich der schwächste Glied vom Team bin, dann bleibe ich hinten. Ja, ihr geht vor. Ich bleibe hinten, Leute. Die Scary Mary hat sich über mich lustig gemacht. Alter, ihr macht die einfach alle fertig. Scary Mary geht da hoch. Uh. Entferne dich so weit wie möglich von der Lava-Röhre. Lasst uns mit einer Aufwärmrunde anfangen. Okay, Aufwärmrunde. Sollen wir uns etwa aufwärmen? Ja, also es wäre schlauer gewesen, wenn die Lava komplett rübergegangen wäre, Scary Mary. Das war natürlich sehr dumm von dir. Komm, jetzt hauen wir dir auf die Guschen. Hihi, hihi, hihi. Hihi, es macht ja einfach gar nichts. Sie tanzt ja einfach rüber. Hohoho, guckt mich an. Ihr mit euren mickrigen Schlägen. Lasst uns tanzen. Wir werden langsam beginnen. Ich liebe tanzen. Äh. Okay. Sie hat ganze Angriffspatterns. Ja, also sie macht jetzt ihre Moves. Ey, nicht zuschlagen. Ist asozial. Au. Ey. Ich glaube, sie will auf mich gehen. Kann das sein? Ey, schlag sie, schlag sie. Ja, Mann. Ich habe sie geschlagen. Versuche den Schlüssel auf den Rücken zu drehen. Achso, genauso wie bei Scary Larry oder was? Gutes Aufwerden. Du musst aber schneller sein und stärker. Ich bin doch schon so schnell. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hey, die anderen stehen einfach in der Lava drin. Ist das bei euch anders oder einfach zeitverzögert? Oder? Naja, egal. Ich schlag Crafter jetzt zusammen. Was willst du tun? Haha, 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 haha. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist mit diesem Block? Was ist mit diesem Block? Egal. Ich glaube, wir müssen wieder kämpfen mit Scary Mary. Ey, Hilfe! Ey, Scary Mary, lass das bitte mal. Warum hat er eigentlich solche Moves drauf? Blub, blub. Okay. Aber dürfen wir sie jetzt endlich besiegen? Das wäre echt cool. Dö, 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 dö. Oh! Loh, ich dachte, da kommt nichts mehr. Ich dachte gerade wirklich, das war es schon. Ich wäre fast reingelaufen. Oh, oh. Sie macht einfach hin und her. Schnell, schnell! Oh, wurde schon gemacht. Ich mache trotzdem. Haha, ich habe ihr das Ding umgedreht. Ich bin der Beste. Du bist schwach. Du wirst dies nicht überleben. Okay, ich werde dies nicht überleben. Aber schön, wie sie einfach Geige spielen muss, um ihre Lava-Hähne zu bedienen. Oh, das ist aber schon ziemlich schwer. Da muss man ja wirklich drauf achten, wo es herkommt. Und rechtzeitig laufen. Aber sie wäre halt schon schlauer, wenn sie alle gleichzeitig anmachen würde. Ich glaube, sie will gar nicht gewinnen. Kann das sein? Warum? Was ist mit diesem Block los? Wir werden sie besiegen, wie ein Mann. Man muss eigentlich nur gucken, wo sie angreift. Mit meiner Geschwindigkeit ist das easy. Ist ja gerade ein Luftballon geplatzt. Kann das sein? Aua, oh, das macht Schaden. Ich dachte, ich kann den Schaden machen. Das war dann wohl mein Fehler. Aua, ah, 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 aua, nein, ah. Komm ran, bam, bam. Sie hat ein halbes Herz. Ist das denn ernst? Ja, wer auch immer ihr diesmal umgedreht hat, hat es nicht richtig gemacht. Ich habe es die letzten Male immer richtig gemacht. Was ist mit diesem Block? Was hat es mit dem auf sich? Ich will damit was machen. Die Planke verhält sich seltsam. Ja. Was ist mit ihr? Was ist mit dieser Planke? Ich bin wahrscheinlich nicht stark genug, um mit ihr was zu machen. Oh. Du dachtest, dass du mich besiegt hast? Ähm, nee, du hast ja noch ein halbes Herz. Du dachtest, dies ist, wofür du dich am vorbereiten warst? Du kannst nicht mehr bezahlen zum Respawnen. Viel Glück. Oh nein, ich kann nicht mehr bezahlen zum Respawnen? Yeah. Ey, wer bist du denn? Ich kann springen. Kann ich Double Jump machen? Kann ich dashen? Oi, oi, oi. Easy. Aber ich verliere den Überblick, wo ich bin. Ich bin nicht gut in so einer Steuerung. Vor allem, wenn hier so viele Menschen sind. Ich find's gut, dass da ein Pfeil unter mir ist. Oh, unter denen hätte ich gar keine Ahnung, wo ich bin. Oh nein. Oh ja, alles gut, alles gut. Ich mag die Musik. Was macht diese Planke hier? Oh, die Planke hat was gemacht. Schnell zu der Planke. Oder so. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Ach, unsere Homies sind da rausgekommen. Jetzt erst. Die hätten uns schon vorher helfen können. Komm ran. Aua. Die machen mir mehr Schaden als ich ihnen. Okay, ich sollte mich aus Kämpfen raushalten. Mhm. Conny, ich bin in deinem Keller. Lass mich raus. Ich lass niemanden aus meinem Keller. Oh. Lol. Okay. Angriffspattern muss man erst mal lernen. Ah. Okay. Ich komm schon noch damit klar. Ich lern das. Alles gut. Zum Glück hat man so viel HP. Zum Glück spiel ich auf leicht. Ich ess jetzt endlich mal meinen Keks. Und meinen Apfel. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Doch. Danke, dass du so langsam runtergemacht hast. Hä? 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 Scary Mary. Sie ist umgefallen. Die Arme. Ah, hilf- Aua! Yeah. Ah, ich bin wieder drin. Ich war nicht drin, easy. Ah, ich bin drin! Also ich bin froh, dass ich so viel Geschwindigkeit habe, weil ich glaube mit weniger Geschwindigkeit wäre ich hier komplett aufgeschmissen. So. Was macht er jetzt mit dem... Okay, er holt wieder Lava. Kein Problem. Nein! Aua! Ah! Ey, es kann nicht sein, dass ich jetzt noch verliere. Ich meine, noch habe ich AP, aber es kann ja nur noch schwerer werden, oder? Darf ich die Stacheln denn berühren, nachdem sie schon rausgekommen sind? Ich kann auch gar nicht in den Chat gucken, weil einfach zu viele Stacheln kommen. Darf ich in den Keller? Nein, niemand darf in meinen Keller. Hä? Oh, oh. Da gucke ich einmal in den Chat und der macht das hier. Netterweise macht er das so weit hinten gut. Ja, zu easy. Er macht wieder so seicht. So ein netter Mann. Und Scary Mary hat nochmal auf die Schnauzen bekommen. Du kannst meinen Apfel nicht essen, den habe ich schon gegessen. Ah! Das war viel zu viel. Dieses Angriffspattern ist zu aggressiv. Was soll ich da tun? Vor allem, weil ich nie sehe, wo ich bin. Hä? Passiert da was an diesem einen Spot? Oh ja. Hä? Der kam voll langsam. Was sollte das? Achso, er ist kaputt. Deswegen kommt das nur noch so langsam, oder was? Scary Mary, ich glaube dein Roboter hat irgendwie Probleme. Ah, Entschuldigung. Ich dachte, wir haben Scary Larrys freien Willen deaktiviert. Aber es scheint, als würde er widerstehen wollen. Wie süß. Gleichzeitig darauf achten, dass man nicht stirbt. Ah! Help! Er schreibt Help! Warum möchte Scary Larry denn Hilfe haben? Help me! Ach, er! Er möchte Hilfe haben! Wo bin ich? Oh Gott! Ich habe mich schon wieder mit jemand anderem verwechselt. Help me! Ja, wie sollen wir dir denn helfen? Was sollen wir tun, Scary Larry? Soll ich zu diesem Ding hier gehen? Das macht nichts. Larry, du musst dir schon selber helfen. Aua! Ah! Ah! Ah, okay! Ich dachte, da muss ich hingehen. Da schießt er seinen Laser hin. Na gut, Rot ist immer böse. Damit hätte ich rechnen können. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Ich werde hier eingeengt. Oh, oh. Ah! Ah! Das wird immer mehr. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Crafter heilt uns alle. Danke Crafter! Bester Mann! Ich wurde da dann wieder so unvorsichtig, dass ich dreimal durch Stacheln gelaufen bin. Ähm! Ah! Äh! 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 Ey, die armen Leute, die stecken im Stein drin. Und unsere Homies sind wieder da. Ey! Bam! Hahaha! Hast nicht mit gerechnet. Ich mach denen gar keinen Schaden. Ich hätt' vielleicht wirklich ne bessere Waffe kaufen sollen. Ja! Aber wir haben es mal wieder easy geschafft. Ich habe alle im Alleingang gesiegt. Daraufhin erstmal ein Emote. Yeah. Oh oh. Er macht jetzt wieder dieses Angriffspattern. Okay, ich muss jetzt mehr darauf achten, was er macht. Okay. Es ist aber nett, dass Gary Larry seine Hand nicht immer komplett rüberzieht. Ich meine, er hat fliegende Hände. Er könnte sie dorthin bewegen wollen, möchte. Es sind aber echt nicht mehr viele am Leben, merke ich gerade. Es sind viele gestorben. Das ist natürlich schade für alle, die gestorben sind. Aber schön, dass ich ein paar Leute überlebt habe. Aber auch nur durch Crafters Hilfe. Oh Gott. Ich habe kurz in den Chat geguckt und dann passiert das. Dankeschön. Oh, Mary. Die arme Mary. Und der Larry. Was ist mit dem Larry los? Er hat einen Schlaganfall. Hol dir mal deinen Notarzt. Da kommt eine Leite. Okay, Mary. Dann hau halt ab. Tschüss, Mary. Tage bis zur nächsten bösen Tötungssäuberung. Acht. Okay. Okay, in acht Tagen gibt es die nächste böse Tötungssäuberung. Bis dahin können wir chillen. Ah. Das war Break-in-2. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich beeindruckt. Also auf jedem Level. Break-in-1 war ja schon ein geiles Spiel. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet. Das ist jetzt Scary Larry wieder. Was geht ab, Larry? Wo ist dein Ding auf dem Rücken? Du hast überlebt. Zurück zur Lobby. Er scheint am Leben zu sein, aber ist bewusstlos. Okay, Larry. Alles cool. Aber das war dann auch Break-in-2. Wenn ihr es selbst spielen wollt, ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt noch sehr viel, was man in dem Spiel machen kann, was ich nicht gezeigt habe. Bis dann und ciao!